Ja, Moin! Heute mal ein kleines Video mitzuholen von mir. Heute war ich unterwegs in Lager und da hat mir da eine Welber AB40 festgekauft. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ja, der Lanz sehe ich hier 116, natürlich auch. Ansonsten top Wetter, viel zu viel Sonne bald. Ja, zu der Presse gibt es demnächst auch noch das ein oder andere Video. Ein bisschen was da dran reparieren muss man, aber das macht ja auch Spaß.